Und damit herzlich willkommen zu Roblox Studio Lernen. Ich war die letzten Wochen fleißig, wart ihr auch fleißig, na gut, ich war nicht die letzten Wochen fleißig, ich war super faul die letzten Wochen. Aber kurz nachdem ich das letzte Tutorial, das letzte Video, die letzte Roblox Studio Lernen Folge aufgenommen habe, habe ich natürlich auch fleißig meine Hausaufgaben gemacht, damit ich euch einfach mal zeigen kann, was mein Approach war, weil die Hausaufgaben waren ja sehr offen, man hatte viele Möglichkeiten, was man tun könnte, wie man die Sache angehen könnte. Und ich zeige euch einfach mal, welchen Approach ich gewählt habe. Also, ich habe zuallererst hier so einen kleinen Podest gebaut, das sind einfach nur zwei Parts, in den Parts ist ein Proximity Prompt drin und wenn ich E drücke, wird ein Event gefeiert auf dem Server, welches dann eine Runde startet. In dieser Runde spawnen ganz viele Coins, die ich beim letzten Mal auch schon gebaut habe und wenn ich sie berühre, sammle ich sie ein. Der Spieler, der nachdem alle Coins eingesammelt wurden, die meisten Coins gesammelt hat, oder nachdem die Zeit abgelaufen ist, die meisten Coins hat, der gewinnt dann am Ende. Ich versuche jetzt mal alle Coins einzusammeln, weil ich bin hier alleine. Es würde auch mit mehreren Spielern funktionieren, dafür habe ich schon gesorgt. Dafür habt ihr dann hoffentlich bei euch auch gesorgt. So, sammeln wir hier mal alles ein. Und ich habe praktisch auch wieder denselben Code benutzt, wie im vorletzten Video, in dem ich ja das Klickspiel auch gezeigt habe. Nur, dass halt jetzt Coins so spawnen, die man einsammeln muss und jetzt das Touched Event genutzt wird, um zu gucken, ob ich sie berührt habe. Und blub, jetzt steht hier unten drin, Match startet, stand schon. Conny hat das Match mit 45 Euro gewonnen und darf sie behalten. So viel Geld haben die Spiele aktuell und dann haben wir hier ein Table, wo drin steht Instance, das wäre halt ich. Und ich habe 45 Euro. Und das ist die Belohnung, die ich am Ende auch bekomme. Weil das war ja die eigentliche Aufgabe in dem Spiel, dass man mindestens zwei Serverscripts hat, die untereinander kommunizieren mit einem Bindable Event. Und das ist bei mir so, es gibt halt einmal das Script 1, welches das Match startet und das Match dann halt auch beendet. Und wenn das Match beendet wird, teilt das Script 2 mit, das Match ist beendet. So viel Geld haben die Spieler gesammelt und dann sagt Script 2 bei mir, dass ich gewonnen habe und wie viel Geld ich habe. Und in Script 1 steht dann auch Match vorbei. Ich zeige euch die Scripts dafür natürlich einmal. Hier habe ich hier in meinem Server Script Service drin, wo die ganzen anderen Sachen auch drin sind. Und hier sehen wir Hausaufgabe RSL 3.1 Script 1. Ganz normal erstmal die Services geholt. Meine Conny Library habe ich verwendet, einfach nur weil es mir leichter fällt. Das ist jetzt erstmal relativ egal. Hier habe ich dann ein paar Einstellungen festgelegt und zwar, dass die Coins in einem Radius von 60 Stats um diesen Main Coin hier rum spawnen sollen. Und zwar, dass 45 Coins insgesamt spawnen pro Match. Dann gibt es noch ein Bindable Event namens Match vorbei. Das habe ich hier im Server Script Service auch drin. Das Proximity Prompt, welches hier in dem Podest drin ist. Und natürlich den Base Coin, auf dem alles basiert. Und den schiebe ich dann rüber in den Server Storage, damit der nicht immer im Spiel zu sehen ist. Der liegt hier erstmal standardmäßig als Mittelpunkt des Spielfeldes und wird dann vom Script in den Server Storage reingeschoben, damit er einfach nicht mehr interagiert mit unserer Welt. Wenn das Proximity Prompt getriggert wird, dann starten wir die Start Match Funktion. Die prüft er immer, ob ein Match im Gange ist. Wenn nicht, dann werden Coins gespawnt. Und zwar ein Coin pro Coins im Match. Dann machen wir das Proximity Prompt aus, weil das Match nicht mehr gestartet werden kann. Und speichern uns, dass das Match gerade läuft. Und wie es aussieht, habe ich gar keine maximale Zeit, sondern wirklich nur, bis alle Coins eingesammelt wurden. Wenn Coins gespawnt werden, wird halt eine Kopie von dem Base Coin erstellt. Die Position wird random irgendwo in einem Umkreis gemacht von Coins Spawn Radios. Und dann wird Coin Touched connected an die Coin Touched Funktion. Und der Coin kommt natürlich in den Workspace zurück, damit wir ihn auch sehen können. Die Coin Touched Funktion checkt, ob ein Match läuft. Checkt, ob wir einen Spieler haben, der es berührt hat. Dafür nehme ich meine Conny Library. Dann wird am Ende die Connection wieder disconnected, die wir uns hier in einem Cash Value gespeichert haben. Damit der Coin nicht doppelt eingesammelt werden kann. Und der Coin wird dann auch eingesammelt. Und wenn er eingesammelt wird, gucken wir nochmal, ob das Match läuft. Dann geben wir dem Spieler einen Punktestand, wenn er noch keinen hat. Erhöhen seinen Punktestand um 1. Und zerstören den Coin und löschen ihn aus dem Cash heraus. Und am Ende führe ich noch eine Funktion in der Conny Library aus. Die heißt L. Die zählt einfach, wie viele Items im Table Coins drin sind. Und wenn da weniger oder 0 Coins in dem Table drin sind, dann ist das Match vorbei, weil dann haben wir alle Coins eingesammelt. So mache ich mir das einfach, ohne dass wir hier eine Schleife haben. Wir checken einfach nach jedem Coin, der eingesammelt wurde, ob noch irgendwelche Coins übrig sind. Und wenn nicht, wird das Match beendet. Und wenn das Match beendet wird, clearen wir die remaining Coins. Weil es kann ja sein, dass das Match aus anderen Gründen beendet wird. Das heißt, alle Coins werden wieder zerstört. Dann wird der Gewinner festgelegt, genauso wie ich es vor zwei Videos auch mal gemacht habe. Und dann wird auch das Match vorbei Event gefeiert. Hier werden alle Values zurückgesetzt und das Match ist vorbei. Wenn das Match Event vorbei Event gefeiert wird, gehen wir rüber in Script 2. Hier haben wir einfach nur das Event. Ein Cash, in dem gespeichert wird, wie viel Geld die Spieler haben und die Funktion, die dann ausgeführt wird. Und zwar, der Spieler, der gewonnen hat, hat mit so viel Euro gewonnen und kriegt als Belohnung halt im Geld Cash erstmal einen Eintrag. Und kriegt dann die Euros, die er sich eingesammelt hat, im Cash gespeichert. Ganz simpel, ganz einfach. Und ich hoffe, ihr habt da durchgeblickt. Wenn nicht, dann müsst ihr halt einfach ein bisschen üben. Üben gehört dazu. Das kann man nicht ändern. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dieser Hausaufgaben-Review haltet. Wenn ich euch zeige, was ich als Hausaufgabe gemacht hätte, ob euch das hilft, ob es unnötig ist, schreibt es gerne rein. Wir machen nämlich jetzt weiter mit dem nächsten Thema. Und wir sind immer noch bei Events. Erst haben wir über Events allgemein gesprochen, über Build-in-Events, dann haben wir über Custom-Events gesprochen. Und bei Custom-Events gibt es nicht nur Bindable-Events, sondern auch Remote-Events. Und heute geht es um Remote-Events. Also gehen wir mal nach hier unten, machen das hier ein bisschen größer, damit man vielleicht auch was sehen kann. Aber ich vergesse immer, dass ich Sachen groß machen muss, damit ihr sie sehen könnt. Dann schreiben wir hier mal Remote-Events. Und Remote-Events sind für die Kommunikation von Server und Clients gedacht. Das heißt, die kann man verwenden, um ein Event auszuführen von einem Server-Skript in einem Clientskript oder einem Local-Skript und auch von einem Local-Skript in einem Serverskript. Das ist super wichtig, weil ohne Server-Client-Kommunikation hat man natürlich immer noch kein Spiel. Dementsprechend super, super wichtig. Wofür brauchen wir jetzt Remote-Events? Und Remote-Events brauchen wir für sehr viel mehr Anwendungszwecke als Bindable-Events. Weil Bindable-Events kann man eigentlich immer umgehen, indem man andere Möglichkeiten nutzt. Remote-Events sind ein notwendiges Übel für die Kommunikation zwischen Server und Client. Zum Beispiel, wenn ein Spieler eine Taste drückt. Wenn ein Spieler eine Taste drückt, wird ja ein Build-In-Event ausgelöst, aber halt nur beim Client. Manchmal möchte man aber auch, dass wenn ein Spieler eine Taste drückt, dass etwas sich am Server verändert. Vielleicht möchte ein Spieler irgendwas bauen, etwas platzieren. Irgendwas in der Welt verändern, was halt nicht nur seinen eigenen Charakter betrifft. Weil wir wissen ja, dass in Roblox jeder Client nur die Kontrolle über sich und seinen eigenen Charakter hat. Und alles andere vom Server kontrolliert wird. Und wenn ein Client versucht, was anderes zu kontrollieren, passiert es nur bei ihm. Und die anderen Clients sehen davon nichts. Wenn man aber will, dass die anderen Clients etwas sehen, dann muss der Client an den Server ein Remote-Event schicken. Oder über ein Remote-Event eine Nachricht schicken. Der Server denkt dann darüber nach, darf der Client das überhaupt? Das ist immer sehr wichtig. Und wenn der Client das darf, dann schickt der Server an alle anderen Clients eine Nachricht raus, dass dieser Client jetzt was gemacht hat. Und dafür braucht man die. Und weil es dafür so viele Beispiele gibt, werde ich jetzt hier nicht sowas ausführliches schreiben wie bei dem Bindable-Event. Deswegen schreiben wir hier einfach, wenn ein Spieler eine Taste drückt. Wenn ein Spieler irgendwas mit einem GUI macht. Ein GUI sind Interfaces, die auf eurem Bildschirm drauf sind. Zum Beispiel das Roblox-Menü, das ihr oben links habt, das ist ein GUI. Und zum Beispiel kann man ja oben aufs Menü gehen, dann kann man unten auf Reset drücken und dann wird der Spieler zurückgesetzt. Das ist zum Beispiel eine Interaktion mit einem GUI, die dann halt auch dem Server mitteilt, dass der Spieler sich jetzt zurücksetzt. Aber halt auch, wenn ein Server eine lokale Änderung, lokal vielleicht klein geschrieben, bei einem Client anstoßen möchte. Bevor ich das anspreche, gehe ich einmal auf die Limits von den Remote-Events ein. Weil Remote-Events funktionieren genauso wie Bindable-Events. Man kann halt genauso auch Argumente mitliefern und diese Argumente unterliegen Limits. Die Limits sind exakt die gleichen wie bei Bindable-Events. Dementsprechend kann man das von da oben auch für die Remote-Events hier unten übernehmen. Jetzt nochmal zu den lokalen Änderungen beim Client. Denn der Server kontrolliert alles, aber die Clients kontrollieren sich selbst. Und es gibt ein paar Dinge, auf die der Server bei den Clients nicht zugreifen kann. Wenn der Server dann aber zum Beispiel einem Client ein Admin-GUI geben möchte, mit dem er Sachen kontrollieren kann. Wenn er eine Nachricht senden möchte, die einfach auf dem Bildschirm aufploppt. Oder wenn der Server einfach will, dass ein Local-Script im Client ausgeführt wird, welches sonst nicht ausgeführt werden soll. Dann kann natürlich auch der Server eine Nachricht an den Client schicken, dass diese Änderung nur bei diesem Client vorkommt. Oder meinetwegen auch bei allen Clients vorkommt. Einfach nur Events für die Server-Client-Kommunikation. Ich denke, das war jetzt aber genug theoretisches Gefahrsel. Ich persönlich bin nicht so ein Fan von Theorie, ich bin eher ein Fan von Praxis. Und mit Remote-Events kann man sehr viel Praxis machen. Deswegen zeige ich euch jetzt einen neuen Service, auf den ich noch nicht eingegangen bin, den ihr auch schon immer gesehen habt hier im Explorer. Und zwar den Replicated Storage. Der Replicated Storage ist genauso wie der Server Storage einfach nur ein Ordner, sagen wir mal, ein Speicher, wo man Sachen drin lagern kann. Der Unterschied zwischen dem Server Storage und dem Replicated Storage ist aber, dass das, was im Replicated Storage drin liegt, von jedem Spieler gesehen werden kann. Und auch von dem Server gesehen werden kann. Was im Server Storage drin liegt, sieht nur der Server, kein Spieler kann sehen, was im Server Storage drin ist. Und Scripts im Server Storage werden zum Beispiel auch nicht ausgeführt. Das ist einfach nur eine Ablage, in der nichts passiert. Genauso ist der Replicated Storage auch eine Ablage, aber sehr gut geeignet für die Server-Client-Kommunikation. Ich werde jetzt einfach mal probieren, ein Script zu schreiben, das einem Spieler erlaubt, eine Wand zu platzieren. Einfach eine Fähigkeit, die natürlich auch überall funktionieren sollte. Um einem Spieler ein Local Script zu geben, nutzt man den Starter-Player-Service. Das ist der nächste Service, den wir lernen. Der Starter-Player-Service ist auch ein Forder, da drin haben wir Starter-Character-Scripts und Starter-Player-Scripts. Und der ist nur dafür da, um Spielern Sachen zu geben. Was ihr in Starter-Player reinpackt, das kriegen die Spieler repliziert. Wenn ein Spieler dem Spiel beitritt, bekommt der Spieler alle Scripts, die hier drin liegen, zugeteilt. Und wenn ein Spieler mit einem neuen Charakter spawnt in das Spiel rein, dann kriegt der Charakter alle Scripts, die hier drin liegen, zugeteilt. Auf den Unterschied zwischen Scripts im Charakter und im Spieler müssen wir jetzt noch nicht eingehen, weil wir dafür keinen konkreten Anwendungsfall haben. Aber ihr solltet halt wissen, dass der Spieler der Spieler an sich ist, während der Charakter sterben kann und neu spawnt und immer wieder da sein kann. Und das Script, das wir im Player drin liegen haben, das wird halt einmal ausgeführt und dann läuft das halt auch. Ich würde sagen, wir packen jetzt ein Local Scripts in den Starter-Player-Scripts-Folder rein. Und damit ihr das einmal merkt, benennen wir das oben in Charakter-Script. Nicht vergessen, Local Scripts sind Scripts, die nur vom Client ausgeführt werden. Und vorher haben wir immer mit Server-Scripts agiert, die nur vom Server ausgeführt werden. Dann machen wir noch ein Local Script in Starter-Player-Scripts rein und sagen dann Player-Script. Und im Player-Script schreiben wir rein Hello Player. Und dann können wir zum Beispiel auch sagen, Komma Script.parent.parent. Weil in jedem Spieler gibt es einen Ordner. Das können wir hier im Player-Service sehen. Hier haben wir einen Spieler, Roblox Conny. Und da drin haben wir eine Instanz, die heißt Player-Scripts. Und da drin werden dann später alle Player-Scripts drin liegen. Das heißt, Player-Script.parent wäre Player-Scripts.parent ist der Spieler. Während wir dann in unserem Charakter-Scripts schreiben können Hello Character. Und dann einfach nur Script.parent. Weil das Script liegt dann direkt im Charakter drin, also in diesem Dummy sozusagen. Wenn wir jetzt einfach mal ins Spiel reingehen sollten und rein spawnen, dann sehen wir natürlich immer noch meinen Requiring-Blablabla-Stuff. Aber hier unten stehen auch in Blau. Blau ist die Markierung dafür, dass der Output von einem Client-Skript ausgeführt wurde, von einem Local Script. Während grün von einem Server-Skript kommt. Hier steht einmal Hello Player Roblox Conny und Hello Character Roblox Conny. Aber in dem Fall ist es halt der Spieler und in dem Fall ist es der Charakter. Wenn wir jetzt hier rechts auf Players gehen und dann auf Roblox Conny sehen wir hier Player-Skripts. Können das aufploppen. Und dann sind hier einige Scripts drin, die Roblox einem Spieler gibt, damit er zum Beispiel laufen kann, damit er chatten kann, damit die Kamera funktioniert. Damit einfach dieses Spiel funktioniert, gibt einem Roblox schon ziemlich viele Scripts. Aber wir sehen hier auch unser Player-Skript. Das ist das Script, das wir in Starter-Player und Starter-Player-Skripts reingeschrieben haben. Und ihr seht hier auch, in Starter-Player-Skripts sind viele andere Scripts auch drin, die Roblox einfach beim Start eines Spiels hinzufügt. Und die werden repliziert. Wenn wir in den Workspace gehen und dann auf Roblox Conny oder halt den Namen von euch, dann seht ihr hier unten ein Charakter-Skript und das ist unser Charakter-Skript. Wenn ich jetzt mein Charakter zurücksetze, indem ich Escape drücke und auf Reset Charakter gehe, wird mein Charakter zurückgesetzt. Ich falle um, ich bin wieder da. Und unten im Output steht wieder Hello Character Roblox Conny, weil das Charakter-Skript wurde in meinen neuen Charakter reingeschoben und halt auch neu ausgeführt für den Charakter. Jetzt haben wir einmal gelernt, wie diese Scripts repliziert werden. Was ihr auch merken solltet ist, als Charakter habt ihr zwar theoretisch Zugriff auf den Server-Storage und auf Server-Skript-Service, aber ihr seht nicht, was da drin ist. Ich kann hier nicht draufklicken und sehe nicht, was da drin ist, weil ich bin halt ein Spieler. Ich als Client weiß, dass dieser Service existiert und hier ist bei mir auch so ein Plugin-Curves-Ordner drin, der halt einfach von meinem installierten Plugin lokal erstellt wurde. Aber theoretisch würde man hier drin gar nichts sehen. Wenn ich jetzt auf Current Client drücke, um zum Server zu wechseln, dann sehe ich natürlich alles aus der Perspektive eines Servers. Ich kann auf den Player gehen, auf Roblox Conny und ich sehe gar nicht, dass Roblox Conny sowas wie Player-Skripts hat. Die sind für mich nicht sichtbar. Ein Server weiß nicht, welche Scripts in einem Player drin laufen. Darauf hat er keinen Zugriff. Genauso hat ein Spieler keinen Zugriff auf das, was im Server-Skript-Service oder im Server-Storage drin ist, weil wir sehen, im Server-Skript-Service sind all die Scripts, mit denen wir in letzter Zeit gelernt haben. Und im Server-Storage sind dann auch noch der Coin von meinem Spiel drin und eine Dev-Command-Access-List von einem Plugin, das ich installiert habe. Sonst habe ich hier nichts in den Server-Storage reingepackt. Wenn ich als Server jetzt diesen Client hier nehme und einfach mal reinschiebe in den Server-Storage, dann ist der weg. Und wenn ich dann wieder drüber wechsle zum Client, dann ist der hier auch weg. Aber im Server-Storage sehe ich nicht, dass der da drin jetzt gelandet ist. Er ist einfach weg. Ein Spieler weiß nicht, was passiert mit Instanzen, die in den Server-Storage geschoben werden, weil das sehen die einfach nicht. Die sehen dann einfach nur, okay, das ist jetzt weg. So viel Theorie vorweg, einfach nur, damit wir jetzt auf Remote-Events eingehen können. Das Character-Skript werde ich nehmen. Das Player-Skript mache ich hier weg. Okay, ich kann das Player-Skript nicht wegmachen, weil ich es currently edite. Ich muss oben erst schließen und jetzt kann ich es entfernen. So, und jetzt gehe ich aufs Character-Skript drauf. Und wir schreiben uns jetzt erstmal eine Funktion, die es ermöglicht, eine Wand zu erschaffen vor uns. Das heißt, wir schreiben hier erstmal Local Function Wand und ihr schafft einfach ein neues Part. Also Local Part oder wir nennen das Part Wand. Aber damit würde die Funktion überschrieben werden, ist aber an sich auch egal. Schreiben wir hier Wand erschaffen. So, ist gleich Instance.new Part. Man kann hier hinterschreiben, dass das Part direkt zum Workspace hinzugefügt werden soll. Ist aber eine Bad Practice, weil wir das Part ja noch bearbeiten wollen. Wir sagen jetzt erstmal Wand.Size ist gleich Vector3.new. Und jetzt können wir eigentlich einfach mal gucken, wie so eine Wand am besten aussieht, indem wir hier Rechtsklick in den Workspace machen. Ein Part inserten. Dann gucken wir einfach mal. Wir platzieren das einfach hier hin. Sagen dann, okay, der Spieler macht sich so eine Wand. Die sollte dann so hoch sein. Die gibt eben dann Schutz. Ja, ein bisschen dünner. So, das wird dann die Wand. Dann gucken wir hier unten rechts in den Properties. Die hat jetzt die Size 12,7,1. Okay, 12,7,1 kann man machen. Die Frage ist, ist das jetzt eigentlich die Front von der Wand? Dafür können wir einfach nochmal einen Rechtsklick machen. Dann Show Orientation Indicator. Und wir sehen hier ist das F für die Front. Damit wissen wir, die guckt in diese Richtung. Das ist schon mal sehr gut. Die schützt dann also in die Richtung. Also gehen wir hier rein und pasten einfach die Werte rein, die wir uns kopiert haben aus den Properties 12,7,1. Und dann sagen wir Wand.CFrame ist gleich. Und jetzt brauchen wir unseren Charakter. Dafür holen wir uns oben einfach mal den Charakter. Local Character ist gleich Script.Parent. Und Local Prime schreibe ich immer fürs Primary Part. Ist gleich Charakter.Primary Part. Weil in einem Model hat man in der Regel ein Primary Part drin. In den Properties sehen wir hier, wenn wir nachgucken, Primary Part ist das Humanoid Root Part bei einem normalen Charakter. Nicht jedes Model hat ein festgelegtes Primary Part, aber jeder Charakter hat eins. Und das ist sozusagen das Center von dem Charakter. Das ist auch immer unsichtbar. Das liegt hier irgendwo in der Mitte. Ihr seht, hier unsichtbar mitten im Charakter drin ist das Humanoid Root Part bei den meisten Spielern. Und davon gehen wir jetzt aus und sagen dann einfach, Wand.CFrame ist gleich Primary Part.CFrame plus Primary Part.CFrame.LookVector mal, sagen wir mal, 3. Diese Vektorrechnung, die wir hier machen, die braucht ihr noch nicht verstehen. Was ich hier an sich mache, ist, ich hole mir praktisch den CFrame. Ein CFrame ist die Kombination von der Position und der Rotation oder der Orientierung von etwas. Also die absolute Position im Raum sozusagen von dem Spieler. Und rechne da dann noch einmal den LookVector rauf. Also die Richtung, in die der Spieler guckt, mal 3 Stats. Also 3 Stats nach vorne. 3 Stats vor dem Spieler. In diese Richtung guckt das Ding da. Damit ist dann auch festgelegt, dass die Wand immer in dieselbe Richtung guckt wie der Spieler, weil wir den CFrame nutzen, der halt dieselbe Orientierung hat wie der Spieler. Wenn wir jetzt die Wand erschaffen wollen, wenn der Spieler eine Taste drückt, brauchen wir den User Input Service. Also schreiben wir Local, UiPS. Könnt die Variable, wie gesagt, immer nennen, wie ihr möchtet. Ich mach's nur immer so. Ist gleich Game.GetService, User Input Service. Und diesen Service können nur Local Scripts verwenden, weil der funktioniert heute nur für Clients. Jetzt sagen wir UiPS.inputBegin. Doppelpunkt. Connect. Function. Und das ist ein Event, welches gefeiert wird, sobald ein Spieler irgendeinen Input macht. Wenn er irgendeine Taste drückt, auf den Controller was drückt, auf den Smartphone rumtoucht. Wir wollen jetzt natürlich sicherstellen, dass es der richtige Input ist. Also brauchen wir erstmal den Input. Wir kriegen hier einmal unseren Input. Und wir kriegen ein GameProcessedEvent. Wir schreiben hier einmal IfProcessedThenReturnEnd. Das ist ein Boolean, also True oder False, der uns einfach sagt, ob der Input von einem relevanten Spielmechanismus genutzt wurde. Zum Beispiel, wenn der Spieler im Chat ist und mit jemandem schreibt, dann wollen wir natürlich nicht seine Inputs aufnehmen, sondern dann soll er auch mit anderen Leuten schreiben können. Deswegen schreiben wir, wenn der Spieler gerade im Chat irgendwas schreibt, dann returnen wir. Ansonsten sagen wir, If Input.KeyCode ist gleich Enum.KeyCode.E Then Wand erschaffen. So einfach ist das. Ihr müsst jetzt noch nicht wissen, was ein Enum ist und so ein KeyCode. Ihr müsst einfach nur wissen, wenn der Spieler E drückt. Das ist der Code, um festzulegen, ob ein Spieler E drückt. Dann soll die Wand erschaffen Funktion ausgeführt werden. Wir gehen einfach mal ins Spiel rein, gucken jetzt, ob das Ganze funktioniert. Wir laufen hier hin und ich drücke E, um eine Wand zu erschaffen. Nichts passiert. E, um eine Wand zu erschaffen. Nichts passiert. Irgendwas habe ich wohl noch falsch gemacht. Was könnte es sein? Ach ja, stimmt. Ich erinnere mich. Ich habe vergessen, das Part erst mal fertig zu machen. Als nächstes muss natürlich die Wand geänkert werden. Also Wand.Anchored muss natürlich True sein und Wand.Parent muss natürlich auch der Workspace sein. Den holen wir uns auch einfach mal oben. Local WS. Hier könnte man theoretisch sagen Character.Parent oder Script.Parent.Parent. Aber ich sage trotzdem zur Vollständigkeit Game, Get Service, Workspace. Einfach, weil es ordentlich ist. Ist gleich Workspace. Natürlich, das Part wird gar nicht erschaffen, wenn wir das Parent nicht festlegen. Weil sonst existiert es ja nur im Void. In der Theorie, aber nicht in der Praxis. Also, noch einmal rein ins Spiel. Ich drücke E und direkt vor mir ist eine Wand. Ich drücke E, vor mir ist eine Wand. E, Wand. Wand. Wand, 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 Wand. Wand. Yeah. Ich bin Fortnite, Leute. Ich bin Fortnite. Aua. Ihr habt eure Fortnite-Wand erschaffen. Was auch auffällt, wenn ihr einen Part mit einem Script erschafft, dann sind hier immer diese kleinen Noppen drauf, die in Roblox Studio, wenn ihr einen Part erschafft, nicht mehr drauf sind, weil Roblox Studio das irgendwann netterweise geändert hat. Guck mal, das hier war nicht geankert. Ich glaube, ich werde die Wände auch nicht ankern. Finde ich lustiger, wenn sie nicht geankert sind. Um die Noppen loszuwerden, müsst ihr im Script das Part eigentlich nochmal optisch anpassen. Vor ein paar Jahren war das auch standardmäßig so, sodass, wenn man ein Part zu Roblox Studio hinzugefügt hat, dass es immer noch diese Noppen oben drauf hat. Aber davon will Roblox sich offenbar entfernen. Also Wand.ankert mache ich einfach mal weg. Ich würde auch sagen, die Wand kann gerne etwas höher. Also sagen wir mal 15 hoch, vielleicht 1.5 breit, ein bisschen weiter. Und auch 4, sagen wir 5 Stats von mir entfernt, ein bisschen weiter von mir weg. Wobei nein, 15 Stats ergibt gar keinen Sinn. Das war ja die Breite. Sie soll ja höher sein. Sagen wir mal 10 Stats hoch. Und ich glaube, wenn ich die Wand dann so ein bisschen höher mache, dann würde die auch ein bisschen im Boden versinken, nach oben fliegen. Wenn es nicht zu viel ist, wird sie trotzdem stabil stehen bleiben, denke ich, weil ich sie ja breiter gemacht habe. Also drücke ich mal. Ja. Ihr seht, sie spawnt im Boden. Und jetzt hat man es nicht gesehen. Sie spawnt im Boden und geht dann direkt nach oben, weil die Parts natürlich nicht ineinander stecken können. Aber so bauen wir uns dann eine Wand vor uns. Können die auch wieder umwerfen. Oder ich kletter rüber. Ist eine stabile Wand. Aha. Ich baue ein Haus. Sehr gut. So kennt man mich. Die Ladies nennen mich Fortnite. Das einzige Problem an diesem schönen Wandbausystem ist, dass es komplett in einem Localscript passiert. Und wenn ich jetzt zum Server rüber wechsle, dann sieht man hier keine Wand. Man sieht nur die Wand, die hier auch sowieso schon platziert war vom Server, aber die ganzen Wände, die ich als Conny platziert habe, sieht keiner. Das heißt, es bringt mir gar nichts, wenn das zum Beispiel ein Shooter wäre, eine Wand vor mir zu spawnen, um mich zu beschützen, weil die Wand halt nur bei mir erscheint. Und dafür brauchen wir jetzt ein Remote Event. Das Remote Event, komm, ich mache mal diese Beispielwand hier weg. Erschaffen wir uns im Replicated Storage. Da klicken wir aufs Plus, schreiben dann, da steht schon Remote Event und das nennen wir dann einfach mal um in Wand Event. Im Characterscript holen wir uns in Replicated Storage. Local RS ist gleich Game.getService.replicatedStorage. Und Local Wand Event ist gleich RS.waitForChild. Wand Event. Weil es ein Local Script ist, sollte man immer so ein bisschen auf Nummer sicher gehen und auf Sachen warten. Aber weil es in einem Charakter ist und der Charakter ja meistens erst gespawnt wird, wenn der Server eigentlich schon relativ viel repliziert hat, ist es nicht so wichtig. Aber lieber ein WaitForChild zu viel, als zu wenig, sage ich immer. So, anstatt die Wand erschaffen Funktion auszuführen, werden wir jetzt das Wand Event nehmen und es einfach feiern. Wand Event, Doppelpunkt, Fire Server. Und dann könnten wir theoretisch die Position, an der die Wand spawnen soll, mitteilen. Aber das ist ein wichtiger Punkt in der Server Client-Communktion. Der Client ist böse. Überall, wo der Server Angaben vom Client empfangen kann, kann es natürlich sein, dass ein Hacker diese Angaben verfälscht und sich einen unfairen Vorteil erschafft. Dementsprechend sollte man alle Daten, die man nicht vom Client braucht, auch gar nicht erst vom Client verlangen, sondern direkt am Server sich holen, um auf Nummer sicher zu gehen. Alle Anfragen, die von einem Client kommen, sollen immer mit Vorsicht betrachtet werden. Das Server Script dafür, das können wir jetzt in dem Server Script Service hinzufügen, als normales Server Script. Das benenne ich dann um in Wand Script. Und im Wand Script können wir uns eigentlich ein bisschen von diesem Code hier kopieren. Gehen ins Wand Script rein, pasten es rein. Den User Input Service brauchen wir natürlich nicht. Aber die Wand Erschaffen-Funktion schon. So, die Wand Erschaffen-Funktion braucht ein Primary Part. Das Primary Part bekommen wir vom Spieler. Also schreiben wir jetzt eine weitere Funktion, die die Client-Anfrage bearbeitet. Local Function Wand Event gecalled oder gefired theoretisch, fired oder wie man es in Roblox gerne macht, on Wand Event zum Beispiel. Können Sie ja nennen, wie ihr wollt. Wenn ein Remote Event von einem Spieler gecalled wird, dann bekommt der Server natürlich immer den Spieler, der es gecalled hat. Also schreiben wir hier in Spieler, Doppelpunkt, Player. Und man kann auch weitere Argumente mitliefern, die hier hinten drin stehen können. Aber wir benutzen keine weiteren Argumente. Die Argumente könntet ihr hier in Fire Server reinschreiben. Zum Beispiel könnt ihr hier True reinschreiben und dann würde der Server als erstes Argument True erhalten. Beziehungsweise als zweites Argument, weil das erste Argument ist immer der Spieler. Aber wir versuchen möglichst auf Argumente vom Client zu verzichten, weil die ja von Hackern verfälscht werden können. Die Wanderschaffen-Funktion nehme ich hier auch mal raus. Die Wanderschaffen-Funktion hier nehme ich auch mal raus. Und das hier kann ich auch rausnehmen. Dann haben wir hier ein sehr simples Skript erstmal. Jetzt sagen wir LocalCharacter ist gleich Spieler.Character und LocalPrimaryPart ist gleich Character and Character.PrimaryPart. Damit stellen wir sicher, wenn der Charakter existiert, dann ist es das PrimaryPart und wenn er nicht existiert, ist es immer noch Nil. Weil wir wissen ja, dass der and-Operator immer den ersten Wert returnt, wenn er Nil oder False ist. Und wenn er nicht Nil oder False ist, dann returnt er den zweiten Wert. Dann sagen wir noch If not PrimaryPart, then return and. Weil dann gab es entweder keinen Charakter, den wir gefunden haben, oder keinen PrimaryPart im Charakter. Und als letztes sagen wir dann Wanderschaffen und liefern das PrimaryPart mit. So, als letztes müssen wir natürlich die on-wand-Event-Funktion auch noch connecten. Das heißt, wir sagen jetzt wand-event.on-server-event-connect on-wand-event. Jetzt ist der ganze Spaß auch miteinander connected und sollte dann auch funktionieren. Weil ich jetzt einfach so on-server-event und fire-server verwendet habe, blende ich euch mal eine Übersicht ein, wie man Remote-Events an sich verwendet. Ihr seht, einmal haben wir hier Clients im Server. Das, was wir gerade machen. Auf der Client-Seite schreibt man fire-server mit den Argumenten. Und beim Server kommt über on-server-event einmal der Spieler und die Argumente an. Dann gibt es natürlich noch server-client. Da schreibt man am Server fire-client mit dem Spieler und die Argumente. Und beim Client-Skript schreibt man on-client-event und kriegt die Argumente mitgeliefert. Ohne Server, weil es gibt ja nur einen Server. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, das Remote-Event an alle Clients zu feiern mit fire-all-Clients. Und dann gibt man nur die Argumente an. Und fürs Clients-Skript macht es keinen Unterschied. Da sagt man auch einfach on-client-event und bekommt die Argumente, die der Server mitgeliefert hat. So als kleine Übersicht von der Roblox-Create-Website. Wir testen das jetzt einmal aus. Wir wissen, dass wir im Characters-Skript keine Wand-Funktion mehr drin haben. Das heißt, das macht gar nichts mehr, außer es callt im Replicated-Storage dieses Wand-Event hier. Es firet dieses Wand-Event. Und im Server-Skript-Service liegt ein Server-Skript, welches darauf wartet, dass das Wand-Event gefeuert wird und dann die Wand-Funktion ausführt. Ich drücke E und eine Wand erscheint direkt vor mir. Ich drücke E und eine Wand erscheint. E, Wand erscheint. E, Wand erscheint. E, 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 E. Es funktioniert. Ich kann Wände erschaffen. Ich bin Fortnite. Es funktioniert. Jetzt hat das natürlich sehr viel Exploit-Potenzial, weil ihr seht, ich kann ja die ganze Zeit E-spammen wie ein Wilder. Und es werden die ganze Zeit Wände erschaffen. Das will man nicht unbedingt, weil vor allem kann ich jetzt hier auch auf den Server gehen und man sieht auch auf dem Server, der Typ hat die ganze Zeit Wände gespammt. Und alle Spieler sehen auch, der Typ hat die ganze Zeit Wände gespammt. Das kann nervig sein. Das kann das Spiel auch breaken. Dementsprechend braucht man einen Debounce. Man kann den Debounce. Und ich bin auch ein Befürworter davon zu sagen, man sollte den Debounce auf der Client-Seite einbauen. Zum Beispiel sagen wir hier, Local Debounce ist gleich False. Und dann sagen wir hier einmal, If Debounce, then Return End. Debounce ist gleich True. Und hier hinten dann einmal, Task.Wait. 5 Sekunden Debounce ist gleich False. So haben wir jetzt ein Debounce eingebaut, dass man das nur alle 5 Sekunden machen kann. Und das funktioniert dann auch genauso, dass ich hier reingehe, ich spamme eh und ich spamme immer noch, 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 und jetzt ging es wieder los. Nur alle 5 Sekunden kann man eine Wand platzieren, um das zu reduzieren. Jetzt kann es natürlich sein, dass ein Exploiter sich lokal ein weiteres Script einfach schreibt und ausführt, welches auch das Wand-Event callt, und damit einfach den Debounce umgeht. Und wenn ein Exploiter diesen Debounce umgeht, aber der Server weiß, dass man eigentlich einen 5 Sekunden Debounce haben sollte, dann ist das natürlich eine Möglichkeit, einen Exploiter ausfindig zu machen. Dementsprechend sollte man auf jeden Fall immer einen Debounce auf der Serverseite einbauen, was natürlich ein bisschen schwieriger wird, weil der Debounce muss ja für jeden Spieler einheitlich sein. Was man dafür machen könnte, ist Local Wand Debounces, sag ich mal, ist gleich ein Table. Und jetzt kann man hier einmal sagen, if Wand Debounces in eckigen Klammern Spieler, then return end. Wand Debounces in eckigen Klammern Spieler, ist gleich true. Dann kann man hier hinten auch wieder hinschreiben, task.wait, 5 Sekunden. Und Wand Debounces Spieler, ist gleich nil. Nil, weil nil verbraucht weniger Speicher als false. Wenn der Spieler das Spiel verlässt, brauchen wir ja nicht mehr speichern, ob der kein Debounce mehr hat. Deswegen nil als weniger Speicher über lange Zeit frisst. Was man jetzt aber weiß, ist Augenblick. Der Spieler hat ein Debounce von 5 Sekunden. Der Server hat ein Debounce von 5 Sekunden. Wenn der Spieler trotzdem dieses Remote Event called, dann sollten wir nicht einfach returnen, dann könnten wir sagen, Warn, ey, das sollte nicht möglich sein. Und dann returnen. Man könnte dann hier dem Spieler irgendwie bestrafen, den eine Flag geben, man könnte im Anti-Cheat, im Anti-Cheat muss man sich halt irgendwie coden. Da könnte man sich zum Beispiel für den Spieler einfach mal so einen kleinen Vermerk schreiben, ey, der hat mal einen Debounce umgangen. Kann ein Zufall sein. Es kann ein Zufall sein, for real. Aber einfach mal merken und wenn er genug Flags hat, könnte man ihn vielleicht aus dem Spiel bannen. So, wenn ich jetzt E drücke und dann weiter E spame, ich spame jetzt einfach so schnell ich kann, damit ich das direkt wieder machen kann, nachdem die 5 Sekunden rum sind. Seht ihr, es hat funktioniert. Es gab unten im Output kein Warn, aber es könnte ja sein, dass der Server und der Client so ein bisschen off-sync sind und die 5 Sekunden nicht so hundertprozentig präzise bei beiden ankommen. Dementsprechend wäre es sinnvoll, am Server zu sagen, okay, der Debounce sind tatsächlich nur 4,5 Sekunden oder meinetwegen sogar nur 4 Sekunden. Damit gibt man natürlich den Exploitern die Möglichkeit, die Wand eine Sekunde früher zu platzieren, ohne dass sie Gefahr laufen, dafür detektet zu werden. Aber man reduziert natürlich auch die Gefahr, dass man brave Spieler, die einfach nur eine schlechte Internetverbindung haben, bestraft. Das ist immer das Schwierige bei einem Anti-Cheat, weil festzustellen, ob jemand cheatet oder ob jemand einfach nur schlechtes Internet hat, ist ein schmaler Grad. Und da muss man vorsichtig sein. Auf Anti-Cheats werden wir sobald erstmal nicht eingehen, aber es ist einfach wichtig zu sagen, bei Remote-Events muss man darauf achten, was für Daten vom Client an den Server weitergegeben werden und dass der Server nicht einfach so alles annimmt, was der Spieler einem gibt, weil es kann immer manipuliert sein von einem Hacker. Als Hausaufgabe möchte ich euch wieder Freiheiten lassen, weil ich denke, es ist ganz praktisch, wenn ihr euch einfach kreativ austobt. Ich habe euch jetzt gezeigt, wie ihr von einem Spieler per Tastendruck ein Remote-Event an den Server feiert, dass der Spieler irgendwas serverseitig beeinflussen kann. Ihr könnt das gerne nutzen, was ich euch gezeigt habe und das ausbauen und ein System machen mit irgendwelchen coolen Fähigkeiten. Vielleicht kann ein Spieler dann höher springen, eine Fähigkeit, um nach vorne zu dashen oder so. Vielleicht kann ein Spieler einen Ball schmeißen oder so. Je nachdem, was ihr euch schon zutraut, was ihr denkt, was ihr so machen könntet, um Spielerfähigkeiten zu geben, ihr könnt es natürlich auch ganz anders machen und schauen, in welcher Hinsicht ist es sinnvoll, vom Server aus ein Event zu feiern, das nur von einem Spieler bemerkt werden soll. Vielleicht auch ein Privatnachrichtensystem. Das Problem ist, ich habe euch noch nicht gezeigt, wie GUIs funktionieren und ich will das auch noch ein bisschen aufschieben, weil GUIs sehr anstrengend sind in Roblox Studio und ich immer noch Hoffnung habe, dass da irgendwann ein hundertprozentiges Rework kommt, aber ich glaube, da kann ich noch lange hoffen. Als Hausaufgabe möchte ich von euch eigentlich nur, dass ihr euch ausprobiert, dass ihr irgendetwas macht mit Remote Events und irgendein System schreibt, irgendwas Cooles, seid kreativ, Kreativität ist wichtig und wenn ihr jetzt sagt, ja, ich habe keine Ideen, ich weiß nicht, was ich machen soll, dann macht das, was ich euch am Anfang gesagt habe, macht ein System, in dem ihr Fähigkeiten habt, zum Beispiel eine Baufähigkeit. Ich habe euch jetzt gezeigt, wie man eine Wand macht, aber ihr könnt ja vielleicht herausfinden, wie man eine Schräge macht, wie man eine Rampe macht und dann können wir wirklich so Fortnite bauen machen. Das wird auf jeden Fall schwerer, so eine Schräge zu machen, dass die nicht den Spieler einquetscht und so, dass man auf solche Sachen achtet. Vielleicht könnt ihr auch eine Fähigkeit machen, dass unterm Spieler, wie in manchen Sonic Spielen, dass unterm Spieler dann so eine Sprungfeder landet, mit der er nochmal höher springen kann. Ist auch möglich. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt und ihr müsst euch einfach Gedanken machen, was ihr mit dem, was ihr inzwischen schon kennt, anrichten könnt und was ihr auch machen möchtet. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr auch gerne für Spiele entwickeln wollen würdet, worauf ihr Lust hättet, es mal zu verwirklichen und vielleicht kann ich das auch in die nächsten Folgen einbauen, dass wir so ein paar Beispiele in die Richtung gehen können. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Kommentare. Ich freue mich darauf, wenn Leute die Hausaufgaben auch auf meinem Discord-Server zeigen, was ihr gemacht habt. Das war es erstmal mit dem Video. Hier oben kommt die nächste Folge, wenn sie schon draußen ist. Bis dann und Tschau!